Für die Freiheit, für die Wahrheit, für unsere Kultur, für den Faschel, für die Fastnacht, für Freie in Bedeutung, für freies Atmen, für die Gesundheit, für die Kinder, für die Alten, für die Kinder, für die во Nach drei Jahren kann ich's immer noch nicht passen, raus, weil es mich tiefer ganz im Traum erstattet, an der Pflicht und so kommt von der Windel auf den Gästen, um mir zu fragen. Und ich find's jetzt einfach so, und aus sich selbst heraus, und geht den ganzen Tag ein bisschen selbst anlaufen. Wer, wie hat mal, wie hat mal, wie hat's Gott, was ist, um sich zu retten, was ist, wie ist die Worte? Jetzt war Gott der Arm, und wer hat Gott geschaffen? Und nur so eine Reihe will doch hier, was ist, was ist, was sind wir jetzt nochmal zur Übersicht zu sagen? Der Pflicht, darüber knallt, entscheidender Gaum, ne Moment, stopp, das ist so einfach, und so oft gedacht, wir werden schon von allen anderen Sitzung abgelacht, weil die Nichtscheckenden, sich selbstbestimmenden, zerrösten den Verlieren, die ich sehe, und ich höre, und die oben nicht schlagen, verächtigten und betroffen, die vergabten, was wir waren, und wir selber selber nicht rum, noch nicht aufgeben, der Weltverachtung, Union nicht aufgeben, wir müssen schaut uns bitte aufgeben... oh Super.